Hello, was geht? Damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gehen wir rein. Ihr habt es am Titel wahrscheinlich schon gesehen. Die Vision, ne. For Champions Rewards. Die ersten, nach der ersten Week in League. Lasst an der Stelle auf jeden Fall gerne mal ein Like und ein Abo da, falls ihr Bock auf mehr Content von mir habt. Wir haben Rang 3 erreicht. Ich habe mein Ziel erreicht. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Rewards aus dem Stream. Let's go. Perfekt vergessen auf Aufnahme zu drücken. Rang 3 haben wir geholt. Und wie ich es mir vorgestellt habe, wir nehmen hier direkt mal Taliska mit. Erster Player Pick. So, ein zweiter Player Pick. Was gibt es hier? Ein erster. Ne, ich nehme mal den hier mit. Taliska finde ich stabil. Ehre. Gehen wir rein in die Packs. 100k Pack. Let's go. Bitte. Gib mir was Gutes. Komm schon. Ja, es ist ein Walkout. Handanovic. Okay, hätte das Beste sein können. Aber vielleicht. Vielleicht ist noch was hinten dran. Ne. Ah ja, okay. Ist okay. Vielleicht noch so ein... Ja, Otavio. Hallo Malen. Grüß dich. Fangen wir mal da hoch. Walkout gezogen. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zum garantierten 3 Team of the Week Spieler Pack. Bitte gönn mir was. Bitte, bitte gönn mir was. Komm schon. Oh ja, es ist ein Walkout. Ah, es ist Arzt Piliqueta. Entspannt. Hätte auch schlechter sein können, Locatelli. Ja, okay. Nicht so schlecht. Kostet natürlich gar nichts. Aber. Ich bin. Doch zufrieden damit. Sehr schön. Und dann war es das auf jeden Fall mit dem Video schon mal. Lasst gerne ein Like unten ab oder schaut gerne in den Streams. Und in den Karriere-Videos vorbei. Wir sehen uns. Immer montags zu den Rewards oder ihr seid live im Stream dabei. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.